Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und heute spielen wir mal Modern Morpher, ach nein, ups, heute spielen wir World at War 2, also das neue COD, zocken wir heute mal. Früher bestand mein Kanal hauptsächlich aus COD und jetzt mach ich ja wirklich eigentlich noch Real Life Videos, aber ab und an kann ich ja mal so ein gangen Video machen wie letztes Mal mit FIFA, heute mal COD, vielleicht kommt auch mal ein anderes Spiel, schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr ein anderes Spiel sehen möchtet, also welches Spiel ich sehen will, wenn es nicht so teuer ist, vielleicht kann ich es mir irgendwie besorgen. Genau wie COD, das hat mir der Justin geshared, richtig, richtig korrekt von ihm, weil ich hatte ehrlich derzeit kein Geld für COD. Ich habe mir andere Sachen kaufen müssen. Moin, ich rufe an wegen dem Angebot mit den 1000 Huren, ist denn das noch verfügbar? Ja, das Angebot steht noch. Ja, klasse, dann nehme ich das einmal. Mit Tüte oder ohne Tüte? Äh, Tüte? Ich meine, so hässlich bin ich jetzt auch wieder nicht. Früher war ich wirklich gut in COD, mal gucken wie ich jetzt, bin ich ja das neue COD, jetzt bin ich schon gespielt, bin schon Level 10, um ein bisschen reinzukommen, paar Waffen freizuschalten und wir fangen jetzt einfach mal an und gucken, was passiert. Here we go! Wir spielen auf meiner, ich finde es jetzt noch eine Lieblings-Map, die heißt Adana Forest. Wow, der gehört mir, 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 mir. Wow, was geht denn da? Da fahren ja einfach alle. Ey, meine PS4 dreht gerade echt komplett durch. Ey, hi, 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 nein, nein, das Springen habe ich noch nicht verlernt. Oh mein Goooood, 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 oh mein Goooood. Los, das war klar. Okay, ich habe gleich meine Streaks, ich will noch den Kill haben. Komm, jetzt mein Charakter, und wo der M-Ketten. Oh mein Goooood, nein. Nein, nein, alter. Geht das so? Ja, ich habe den Streak geschafft. Das macht uns Spaß. Und dann, no, no, wo kann ich die Scheiße nicht lenken? Oh, geil, geil, ein Kill bekommen. Ich konnte die Kacke echt nicht lenken. Ich habe echt zum zweiten Mal erst dieses Streak erreicht. Ich will noch hier ein C-U-D. Hier auf der Flagge, da kuschelt noch ein Kill. Ey, mein Freund, komm her. Du merkst schon, ich habe ein bisschen Spaß an dem Spiel. Kann ich als C-U-D auch nicht mehr so ernst nehmen wie früher. Ja, was war das denn? So ein Versteckspiel hinter der Tonne. Früher habe ich ja wirklich sehr viel C-U-D gespielt. Und mein Lieblings-C-U-D wird, glaube ich, auch immer in Modern Warfare 3 bleiben. Spielt ihr auf jeden Fall das neue C-U-D, wenn ja, wie findet ihr es? Ey, nein. Ey, wie schlecht. Ey, was ist das? Hallo, her mit dir. Hey, 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 machen wir. Habt ihr das gesehen, Leute? Eieiei. Okay, von... Ah, da war überall Gegend, halt. Überall macht es einfach so. Boom, 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 boom. Ach, ich witsch. Alter, kuschelt der da hier auf der Flagge herum, Mann. Meiner. Ey, nein, ich habe den denn nicht bekommen. Ich habe ihn auch so angehäte, Leute. Ey, meine... Ey, wow. Jeder, der gut C-U-D schwiegen kann, dachte sich gerade so, wow. Warum stirbt denn der Pimmel nicht? Boah, du wirst mir... No! No! Wie schießt man denn das Ding? Wow, mein Kill. Nice. Nice. It was at this moment... I want you! No, he fucked up. Mann, ey, was machst du denn da? Ey, das hat echt das Lagerfeuer da gelegt. Das vermisse ich zum Beispiel gar nicht an COD, ey, Alter. Dass die Leute immer so am Gammeln sind, ne? Meiner! Okay, habe ich... Oh, shit! Ah! Wieder einfach 1000 Leutti, wieder Waren. Alter, da werde ich echt im Sandwich genannt. Da war echt ein Triple. Triple! 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 What the fuck? Das ist ja... Ey, Alter! Ey, wie schlecht... Wie schlecht was denn? Eieieieieieieieiei... Wie wird der denn geschluckt? HAAAAAAA Ah mann du Pimmel Was für ein Sch... Nein, komm her Heilige Scheiße Okay, ich bin verbrannt Nice, 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 nice Ich wünsche, ich könnte den Game mal richtig abgehen. Ich glaube, ich lasse da mal eine Banane spielen. Die Süße macht das, oder? Ja, hier, hier ist der Controller. Und jetzt geht's los. Wow. Hey, wie machst du das? Ey, du drückst nicht mal die Tasten. Wie machst du das? Wow. Ey, das ist die Nukleare. Also, ich finde, das COD macht irgendwo Spaß. Es ist wirklich wieder cool, dieses Boots Underground, diese Schwebenscheiße. Ich bin Justin. Wirklich nochmal Danke an dich, dass du mir das echt geschert hast. Weil, ich bin ehrlich, Leute, ich würde, glaube ich, keiner zieht sich auch ungefähr ausgeben. Aber es macht halt schon Spaß, aber es sind halt auch wirklich extrem viele Abfahrkunden. Weil die Gegner sind halt eben, oder die Gegner werden jedes Jahr besser und besser und besser. Und deswegen wird es halt immer schwerer, etwas Gutes zu erspielen. Und das hat zwar Spaß schon gemacht, so, aber es packt auch schon ordentlich ab. Also, ich hatte wirklich schon richtig viele Abfahrkunden, wo ich mir einfach nur dachte, oh, wie kacke. Aber es macht, also, es ist schon cool. Es ist einfach ein cooles Spiel, sagen wir mal so. Man kann 70 Euro für hinlattern, aber wenn man es halt auch wirklich zockt. Ich zocke jetzt ein paar Runden, vielleicht, ihr könnt mich gerne enden, wenn ihr wollt. Ich packe meinen Namen in die Beschreibung, weil ich zocke jetzt auch nicht so viel. Vielleicht an Weihnachten, wie erwähnt, da werde ich wahrscheinlich viel mehr zocken, weil ich da auch mehr Zeit habe. Schreibt einfach mal eure Meinung über das neue COD in die Kommentare. Und, ob ihr ein anderes Spiel sehen wollt. Vielleicht wird es auch so ein kleines Format auf dem Kanal, das ich so nenne, nie wieder. Und dann eben das Spiel. COD. FIFA. Mal gucken, wie ich das machen werde. Auf jeden Fall, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Lasst doch einfach ein Like auf dem Video da. Und vergesst nicht, wie erwähnt, die Sachen in die Kommentare zu schreiben. Das war es mit dem Video. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Und, ciao.